um im märz Plänen hallo und wir machen aber machen jetzt ein Let's Play Nein. Wir machen jetzt ein Witz. Nein. So. Dann worpen wir mal los hier. Heute worpen wir mal ein bisschen hier. Sonne und so. Was ist das? Das ist... Kannst du wegklicken. Oder kannst du lesen. Ah. Ne. Ich will nicht lesen. Das kann ich... Das kann sowieso nicht lesen. Wisst du doch. Das ist ja Analphabet. Ja. Analphabet. Boah. Wieso worp ich alleine? Ne. Ich worpen mit. Leute. Die anderen haben wieder abgebrochen. Ne. Ich worpen mit der Raven gleichzeitig. Wtf. Ihr müsst... Ihr müsst dies wahrscheinlich noch ausrichten. Wir standen schon da. Ne. Meine Drake hat sich auch erst gedreht. Aber ich glaub wir kriegen eh nicht viele Gegner. Nein Antje bist du nicht. Bist immer noch hinter mir. Weil das macht mir Sorgen. Oh da haben wir doch ein bisschen was. Ach. Boah die machen ja unglaublich viel Schaden. Hallo. Mach ihn kaputt. Mach ihn kaputt. Mach ihn kaputt. Möch. 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 Für alle. 1250. Wann One Shot. Was die sind ja alles nur Fricks man. Naja das sind nur kleine. Das sind nur noch kleine. Das sind nur die Standarddinger halt. Dann kannst du auch mit einer Frick fliegen. Aber warum ist da vorne ein Cargo-Container? Ja weil ich die Dings zerstört hab, die Station Ehehehehe Und da spawnt auch wieder was nach Ja nice Ja da kommt ein bisschen nachspawn und so weiter Aber die Resis kann ich auslassen ey, die machen 5 Schaden an mir, das ist ja ein Witz Ja is es Es lohnt sich gar nicht die Muni zu verballern, die geben weniger Kopfgeld als meine Muni kostet ey Freddy denk dran, ein Schuss ist reich, du brauchst ja nicht mehr Schüsse verballern auf die Du kannst nach einem Schuss direkt wieder abbrechen Ein Schuss reicht ja? Ja ja bis die Raketen, das sind Freaks man Bis die Raketen eintreffen gehen die kaputt Das ist ja lächerlich, ich bin ein paar Gegner, ein paar Battleships oder so Ja das sind halt nur kleine Dinger Wir können ja Level 4 mischen zwar Kann man auch Die Blockade alter, BAM Mit Level 4 geht die bestimmt voll ab Alter sind Bantams dabei Vielleicht droppen die ja Erz Ne, glaub ich nicht Hula wula 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 Hula wula 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 Ach hier hinter mir lol hinter mir Ich seh die, ich guck die ganze Zeit vor mir und hinter mir sind die Ich wundere mich, warum hier so rote Dinger sind. Lass mich den mal hier. Äh, mach doch. Puff. Dies. Puff. Puff. Puh. Puh, in your face, Alter. Das war's schon. Warte, wo ist der nächste? Alle tot. Halt, meine Drohnen. Ja, pack ihn. Schon dabei. Wollte meine Drohnen erst ausholen, aber ich hab sie drin gelassen. So, dann machen wir die Station noch kaputt, wa? Die ist doch schon kaputt. Du, da stehen doch noch ein paar Türme. Ach, scheiße auf die, Mann. Das gibt doch eh keinen Kopfgeld. Ich hab schon Staffelwarp zum nächsten gemacht. LOL, wie sie alle vor mir warpen, die Assis. Ja. Ich hab wie immer das geilste gelootet, was es gibt. Ein Männlein. Ach, dein, dein Sklave. Ein Haus, lol, der Hausmeister. Ja, mein Schiffputzer. Ja, Touristen gibt's auch, Freddy. Die sollte man auch immer im Schiff mit dabei haben, im PvP. Doch um auch immer. Leute, der Hausmeister ist die Person, die Reparaturen und allen möglichen Scheiß macht. Ich hab zehn Stück, die knechte ich jetzt. Ich könnte auch immer einen Antrieb putzen. Hier kann man ein bisschen mehr kaputt machen. Hoff ich. Die Ferroox, was macht denn die? Hau mal ab. Ich hab's da nicht rum. Mein Kill. Mein Kill. Der Tourist muss man immer an Bord da, Mann. Der ist... Hier, komm, wir machen die Station da oben noch kaputt. Ja, mach mal. Lohnt sich überhaupt nicht. Ach, einfach kaputt machen. Piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. Guck mal, wie die explodiert. Sieht das geil aus, ey. Boah, neat, ey. Piu, piu. Piu, piu. Los, dann machen wir die andere Ohr noch kaputt da unten. Puff. Riesenexplosion. Explosion. Im Maschinenraum. Also, das Pad kriegen wir nicht kaputt. Glaube ich. Ist das geil. Das hebt so viel aus. Boah, das sieht so geil aus. Piu. Kann man die ganze Station kaputt machen, ja? Ja, aber das Pad kriegst du nicht kaputt. Also, jedenfalls, da geht... Keine Ahnung, wie viel das aushält. Ich hab drei Dinge drauf geballert und da geht nicht mal das Schild runter. Nee, geht ja auch nicht. Ja, die Gas-Storage-Steelos genauso. Och man, das ist ja doof. 1800 reingepfeffert, aber null Kratzer. Mundi nach Laden. Mundi nach Laden. Liegt denn da ein Schiff für ein Riesen? Ach, das ist das Ding, was ich da... Hätte nehmen können, ja. Na gut, dass ich die nicht genommen hab. Ja, jahres. Oh, da ist ein Schild drin gewesen. Oh, respawn. Zwei Gegner. Macht sie fertig, macht sie fertig. Ich geh looten. Ich brauche ein bisschen lange zum Targeten. Normal. Kann man auch ein bisschen hochskillen, dass das ein bisschen schneller geht. So, halt die Ziele. Wow, wieder zwei. Ey, das lohnt sich gar nicht, da meine teuren Dinger zu verballern. Ja, da reicht mir auch die Drohnen. Ey, mein Frachtraum ist voll, warum ist mein Frachtraum voll? Hast du wieder Nutten dabei, ne? Na ja, zu viele Hausmeister und so. Ich guck grad mal, wieviel von diesen Street-Dinger noch da sind. Nur noch eine. Ich glaub, nur noch eine. No. Drohnen einpacken. Guck mal, da hinten ist noch ein Turm. Ja, scheiße, auf den Turm, der gibt doch kein Kopfgelder nix. Habt ihr die Drohnen eingepackt? Nein, ich muss noch meine Einpacken drauf. Max, hör einen, los. Alter, der will nur noch den Turm zerstören, der Idiot. Der hat gar keine Drohnen draus, wie er lügt. Los. Wie herum lügt der Fisch, Alter. Tja, dafür sollten wir alle mal so zwei Minuten drauf auf ihn schießen. Am besten noch disrupten, ne? Und dann gucken, wie lange er anfängt zu schreien. He, es gab 200.000 Kopfgeld, unglaublich. Vierer-Mission hätt mehr gelohnt. Kann das sein, dass ich ihm als erstes warpe? Kommt drauf an, in welche Richtung du guckst. Tja, ich gucke immer in die richtige, ihr Deppen. Ihr Depp, Alter. Du Pole, Mann. Ich glaub, ich pack mir gleich wirklich ein Disruptor drauf, ne? Mach das mal. Dann sag ich allen, die sollen dich mal ins Tage nehmen und dann zerbumsen sie dich. Bam Bam in your face, Alter. Gibt's da. Ups. Wieder so'n kleines Ding. Oh, Mann. Ja, ja. Wie so alle stehen, ey. Wie das aussieht. Die Sonne blendet, Mann. Hat wer ne Sonnenbrille dabei? Gleiches, hab gut. Ich guck mal, ob ich noch was find, aber ich glaub's nicht. Oh, wie sie aus der Station rausgekrochen kommen. Also zwei kosmische Ammonomalien haben wir noch. Naja, das ist aber einmal die, wo wir drin sind und einmal, ich glaub, die, wo wir gerade drin waren. Ich weiß nicht, ich hab die Namen nicht gemerkt. Ja, dann wachst du es mit dem normalen Fehler, müssen wir mit dem Pro-Blancen rausgehen. Ich scan grad nochmal. Es sind immer noch zwei in der Liste, keine Ahnung. Aber ich geh mir jetzt kurz, äh, die Dings, mein Scanschiff rausholen und scanne kurz eben. Ja. Gucken, ob ich was find. Vielleicht kriegen wir ja was Anständiges. Macht ja richtig Spaß hier. Stür ich mal was. Stür ich mal, sonst stürst du die ganze Zeit was an. Nein. Aber das ist halt langweilig sowas, Mann, da geht ja nix. Ja, das ist ja auch diese Standarddinger, das kann ja jeder x-beliebige Vollhorst, äh, machen. Da könnt ihr sogar mit meinem 12. Account hier rumfliegen, ey, und der hat gar keine Skills. Macht's kurz bumm da, das sieht geil aus. Bumm, tschakalaka. Hier, bumm, tschakalaka. Könnte man so als Intro nehmen, so. Crane, was mit der Crane? Guck mal, da kommt schon wieder Schüppchen. Wieso LCO? Kommt gleich kein Respawn mehr raus. Gleich ausgespawned hier, jetzt macht's nämlich Bumm. Bäm. Boah, der trifft mich für 30 Schaden, ey. Das ist ja fucking unbelievable. Das ist awesome, Freddy, awesome ist das. Das war's. Gucken wir mal nachher weiter. Bumm, tschakalaka. Bumm, tschakalaka. Bumm'. Untertitelung des ZDF für funk, 2017